einige interessante fakten über organisches germanium organisches germanium ist ein spuren element ähnlich wie zum beispiel selen magnesium oder eisen nur eine sehr geringe menge davon wird im körper benötigt um richtig zu funktionieren aber diese kleine menge ist unerlässlich organisches germanium hat halbleitende eigenschaften und ein sehr hohes elektrisches potenzial wenn man zum beispiel eine organische germanium lösung in eine leere autobatterie gießt springt das auto sofort an dank seiner halbleitenden eigenschaft reduziertes stress und kann auch zur schmerzlinderung eingesetzt werden weil es freie radikale und elektronen bindet senkt es das hohe elektrische potenzial der krebszellen und zwingt sie so in den normalzustand zurück es reinigt das blut stellt seine richtige chemie wieder her bindet die im körper angesammelten schwermetalle und beseitigt sie verlangsamt nachweislich die alterung sie wirkt hervorragend bei zivilisationskrankheiten auch wenn medikamente versagt haben in der natur enthalten ganoderma pilze speziell die gl kapseln die aus dem mütsel des pilzes hergestellt werden die höchste konzentration an organischem germanium 10